Kristall-Wolf, Kristall-Mensch, Kristall-Kugel, geisteskrank und geistesbekloppt. Willkommen hier auf Majas Pinsel ohne Pinsel. Und in den nächsten Tagen könnt ihr ein Interview von mir betrachten. Und da geht es auch um die liebe Maja, Popaya, Kachaya. Und wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr einfach das in den nächsten Tagen sehen. Noch ein Wort zu mir, das ist hier mein Zweitkanal. Der ist gemacht worden, um Maja endlich mal aufmerksam zu machen. Passt auf Maja, du wirst hier im Internet gemobbt. Von mir und von anderen. Denn ich bin der einzige und wahre Schamane, Schamanismus, Pismus, Kismus. Und ich bin Kristall-Wolf und Kristall-Mensch. Kung-Fu-Meister aller Arten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Tagen hier mal vorbeischauen würdet. Bei Maja ohne Rinsel, mit einem Pinsel oder keine Ahnung, wie der Kanal heißt. Ist mir auch eigentlich völlig schlubbe. Also da müssen wir uns gar nichts vormachen. Alles klar, das war es schon von meinem Video. Kristall-Fuzzi, Kristall-Scharmane und geisteskrank. Dankeschön.